Liebe Freundinnen und Freunde, zwei Generationen haben vom scheinbar billigen Strom durch Atomkraft profitiert und für unendlich viele Generationen wird der Atommüll für Ewigkeitslast. Die Debatte um Kernenergie und Laufzeitverlängerung ist erschreckenderweise aktueller denn je. Wir brauchen dringend ein sicheres Atommüllendlager, noch dringender brauchen wir aber den vollständigen Atomausstieg. Wir hier in NRW wissen, nicht nur in Atomkraftwerken wird Atommüll produziert, sondern auch in Privatwirtschaften wie der Urananreicherung in meiner Nachbarstadt Gronau oder bei der Brennelementefabrik in Lingen, in Niedersachsen. Und das, obwohl Ende dieses Jahres endlich das letzte AKW in Deutschland vom Netz geht. Das ist ein Atomausstieg, aber kein vollständiger. Es ist paradox, dass wir ein Atommüllendlager mit endlichen Ressourcen suchen und dabei aber in Atomindustrien, in denen weiterhin unendlich Atommüll anfällt, unangetastet lassen. Die Urananreicherung in Gronau muss beendet werden und wir brauchen Transparenz über alle Atommülltransporte in Deutschland. Ganz besonders wichtig ist es auch, dass wir unsere FreundInnen der Bayerischen Landtagsfraktion dabei unterstützen, dass der hochradioaktive Abfall nicht zu uns nach Aarhaus kommt. Wir sollten uns nicht als Atommülllager für Markus Söder zur Verfügung stellen. Denn sicher, und das wisst ihr, ist bei Atomenergie nur eins das Risiko und das kennt keine Landesgrenzen. Deshalb will ich euch Aktive vor Ort bei euren Protesten unterstützen, neue kreative Protestformen entwickeln und uns NRW-Grüne als starke Stimme vertreten. Politisch aktiv zu sein ist unsere Pflicht, aber es ist auch ein großartiges Privileg. Besonders, wenn wir an die Menschen denken, denen politische Teilhabe nicht so einfach möglich ist. Und damit meine ich vor allen Dingen Kinder und Jugendliche. In meinem Beruf als Erzieherin in der stationären Jugendhilfe treffe ich immer wieder auf Kinder und Jugendliche, bei denen das System versagt hat, bei denen es der Gesellschaft nicht gelungen ist, sie zu schützen. Wir wissen, je ernster wir Kinder und Jugendliche nehmen, umso besser können wir sie unterstützen, befähigen und beteiligen. Großartig, dass das Wahlalter 16 im Koalitionsvertrag verankert ist, aber dabei darf nicht Schluss sein. Damit dürfen wir uns nicht begnügen. Ernst nehmen, wem die Zukunft gehört, eins meiner Lieblingsplakate zur Kommunalwahl 2020. Ich mache mich stark für Kinder, Jugendliche, Frauen und Familien. Ich möchte mich maßgeblich dafür einsetzen, weitere Lösungen zu entwickeln, die die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen noch weiter möglich macht und echten Kinderschutz ins Zentrum stellt. Politik ist das, was wir draus machen. Im nächsten Landesvorstand möchte ich mich dafür einsetzen, dass wir innerparteilich Strukturen schaffen, die kleineren Orts- und Kreisverbände, vor allem hier bei uns im ländlichen Raum, da wo ich herkomme, in ihrer täglichen Arbeit zu entlasten und zu unterstützen. Ich möchte dafür sorgen, dass wir aus dem ländlichen Raum bis nach Düsseldorf gehört werden. Mir ist es wichtig, mir ist es wichtig, die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und politischem Ehrenamt wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken und es so vor allen Dingen zum Beispiel mehr Frauen insbesondere auf kommunaler Ebene ermöglichen, selbst aktiv Politik zu gestalten. Als engagierte Wahlkämpferin habe ich vielfach unsere politischen Ideen vor Ort diskutiert und vertreten, besonders bei uns in Westfalen. Unser grandioser Wahlerfolg war möglich, weil wir auch im ländlichen Raum sichtbarer waren und unsere Ideen erklären konnten. An unsere Erfolge möchte ich anknüpfen und unsere Aktiven vor Ort unterstützen, damit wir bei den nächsten Wahlen auch im ländlichen Raum noch bessere Ergebnisse erzielen können. Grüne Politik ist eine Politik für Land und Stadt und wir bieten die nötigen Konzepte. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Frau, ich bin Mutter, ich habe eine klassische Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Ich arbeite in der stationären Jugendhilfe, ich bin Traumapädagogin, ich bin Anti-Atom-Aktivistin, in meiner Freizeit bin ich auch Sängerin und ich bin Kreistagsabgeordnete und Ortsverbandssprecherin und lebe in einer Kleinstadt mitten auf dem Land. Ich war Bundestagskandidatin und habe auf dem Podium Jens Spahn mit seinen Maskendeals und seinen skandalösen Aussagen zur Pflegesituation konfrontiert. Und ich habe als Jugendliche und junge Erwachsene von Hartz IV gelebt und weiß, was das für die Chancen eines Menschen bedeuten kann. Aber allein das qualifiziert mich nicht. Mich qualifiziert mein Mut, mein Engagement und mein Wille für die beste Lösung einzutreten und zu streiten. Ich bin Alexandra Schoh, 35 Jahre alt und bitte euch um euer Vertrauen. Vielen Dank, liebe Alexandra. Für dich liegt auch eine Frage vor, ebenfalls von Julia Woller aus dem KV Köln. Welches Potenzial zur Weiterentwicklung des Frauenstatuts siehst du? Für die Antworten möchte ich noch eines ganz Wichtiges sagen. Ich freue mich unglaublich, euch hier zu sehen. Dass wir uns in live sehen, dass wir zusammen sind, in echt, finde ich super. Das Frauenstatut ist elementar wichtig und zeichnet uns an vielen, vielen Stellen aus. Das Frauenstatut, so wie es ist, ist wichtig. Aber es ist besonders wichtig und ich würde da einen Schritt nochmal zurückgehen. Ich komme aus dem ländlichen Raum. Ich bin Ortsverbandssprecherin und Kreistagsabgeordnete, nicht, weil ich in meiner Freizeit sonst nichts zu tun habe, sondern weil bei uns häufig die Menschen fehlen und vor allen Dingen auch im ländlichen Raum wir immer wieder in der Situation stehen, dass wir auch mehr Frauen aktivieren müssen. Und da würde ich gerne viel mehr Fokus reinlegen, viel mehr Potenzial reinlegen, da Frauen anzusprechen, Strukturen zu schaffen, die politische Beteiligung möglich macht, damit wir da an der Stelle gut aufgestellt sind und die Arbeit auf viele, viele Schultern verteilen können und da zusammenstehen.